Guten Abend meine Damen und Herren und herzlich Willkommen bei einer weiteren Runde seriöses HWSQ. Mit mir dabei Currywurst aka Kevin Pandoria aka Tatjana und natürlich auch Tobinato LP, auch bekannt als Tobias. Finde ich gut. Finde ich sehr geil. Machen wir den heutigen Kommen wir mal ein Einkaufszentrum. Hey. Oh Schwierigkeit erfahren. Nein. Einkaufszentrum. Steht bei mir Experte. Schwierigkeit Experte. Das ist aber Experte. Was? Da stand Experte dran. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Oh das war ja toll. Was passiert hier gerade? Oh mein Gott. Was? Das sind Spikes. Was ist das denn? Bombe. Weck da. Was ist das? Keine Ahnung. Oh mein Gott. Was? Alter ich bin voll raus. Nein. Ich hab richtig verkackt. Alter das war jetzt aber nicht nett. Oh Mann. Das war jetzt aber nicht nett. Ich hätte hier was zu übermittig hier. Ah. Hi Pan. Oh oh. Tschüss. Also er zieht halt schon wieder vorbei. Ne. Oh. Nein. Nein. Das war noch gar nicht so scheiße. Das hast du gesagt. Tschüss. Alter. Nein. Erik. Warte mal bitte. Ey. Tobi schneide den Wind. Boah. Was? Was? Victor. Nein. Nein. Eleg fecken fecken. Eleg fecken. Ja. Oh Mann. Alter. Mann. Diese scheiß Kisten ey. Ja. Curry. Tobi den Hackern. Äh Curry. Curry. Was? Was? Oh Gott. Oh. Was? Hä Curry. Was war das denn? Ich hab mich aufgepackt. Ja das hab ich wieder aufgepackt. Was ist denn der ist er gerade. Entschuldigung. Nein. Nein. Ja tschüss. Machs gut. Oh. 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 Oh nein. Ich bin gestolpert. Ah. Ah. Mach das erst mal an. Ah da. Er hat schon wieder zwei Runden hintereinander. Ernsthaft? Pass mal auf, das ist so ein Kentucky Fried Chicken-Hun, Alter. Pass mal auf, jetzt! Boah, der Tobi, ey! Nein, 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 nein! Oh, Scheiße, ich bin so dumm! Oh nein, Tobi! Ja, nein! Ich bin da voll an der Kiste hängen, Lübe. Ich bin Batman. Da ist Tobi ausgerastet. Du bist Kentucky Fried Chicken. Du bist das scheiß Chicken-Hil. Achso, hab ich vergessen. Boah, voll der Huhn-Rassist, Alter. Na, Cox sind nicht so mein Ding. Alter. Will keiner mehr was sagen? Geschockt, Alter. Hilfe! Rote Kisten, Aua! Mutts! Hilfe! Ja, Mann! Tobi! Tschüss! Hä, was? Tobi! Alter, Tobi! Das war unfair. Aua! Tobias, wenn ich wissen darf. Scheiße! Ahhhh. Ich hab jetzt die Waren gespielt. Nein. Nein. Na Tobi? Nein Erik? Nein. 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 Das gibt's ja nicht. Was? 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 Alter, der hat mich einfach aus dem Bild rausgeschossen, Mann. Mit deiner Rakete. Ey, das gibt's doch nicht. An einem Spiel teilgenommen. Wow, dankeschön, Spiel. Hey, neuer Skin, Angry Hot Head. Nö, nö, find ich nicht gut. Nee, okay, Entschuldigung. Ich hab mich grad... Entschuldigung, dass ich mich... Du willst doch eh keinen anderen Skin, komm. Das Huhn ist voll geil. Fettes Huhn spielen, genau mein Ding. Das ist dein neues Gamescom-Kostüm jetzt. Ja, okay, aber klar. Ich brauch mir nur einen Schnabel auf den Kopf setzen, dann seh ich genauso aus. Ich bin überhaupt mental fertig. Tobi, du wirst gewinnen. Ich glaub an dich. Tobi? Tobi, Allianz. Ja, ja. Was will der denn? Das war ja sehr gut. Ach du Helle, ich weiß nicht, was hier los ist. Was war das denn jetzt? Hey, wo müssen wir hin? Oh, coole Map aber. Oh mein Gott. Müssen wir da lang? Ich hab keine Ahnung. Hilfe. Ey, du Arsch. Was soll das? Hä? Oh, Alter. Wie knapp. Nein! Hand das mit eng. Aua! Nein, das schärfen wir nicht. Ich kann das noch schaffen. Nein! Boah, was? Nein! Alter, was? Ich verfluche dich und lasse deine nachfahren. Ähm. Das ist ein bisschen komisch für das. Oh, kacke. Nein, den Curry natürlich. Danke, Erik. Ja, gern geschehen! Du fette Sau. Boah! Die trefft den wir! Bac, bac! Hui Tobi, hey! Bac, 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 bac. Hä? Oh mein Gott, was passiert hier gerade? Oh, was? Äh, Tobi? Ich hab falsch gesprungen. Ah! Das kennen wir doch alle. Oh nein. Wir alle haben mal so einen Tag, Tobi. Nein! 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 Ich lebe doch! Ich hab mal gelebt. Wieso achte ich auch an Dau? Ich achte immer auf die anderen Figuren, Mann. Rot. Wuhu! Ich hab nur so scheiß Kisten, weißt du? Ah, dieser scheiß rosa Kacka. Ich komm nicht hinterher, das fehlt schnell, weiß ich nicht warum. Du hattest das gerade auch die ganze Zeit. Aber warum ist das langsam? Boah, jetzt schon? Ey, was? Alter, das reicht nicht jetzt schon. Ey, haben wir Friedenszeit? Tobi tut mir leid. Oh, Geheimgang. Geheimgang. Ah Pan, Vorsicht. Aua! Ah! Na Tobi, hab ich da? Ja! Tschüss! Boah, Tobi, Alter! Und ich krieg immer noch so ein fucking Kisten! Alter, Tobi! Buh! Ah, geil! Nein! Ach, leck mich doch! Ah! Was mach ich hier? Was mach ich hier? Was mach ich hier? Pan! Ich kann's da schaffen! Hallo! Tschüss! Boah, boah, boah! Ich bin ein Hund! Boah, boah! Was? Was? Tobi, was? Das kam hier gerade, der Hintergrund hat doch ein Hund gebellt hier gerade im Spiel. Habt ihr das nicht gehört? Das seid ihr so konzentriert? Ja. Wie war denn euer Tag heute? Hör auf, Tobi! Hör auf, Tobi! Hör! Alter! Wow! Das war ganz gut! Alter! Cool! Hör auf, Tobi! Was eben? Was? Was? Versteht das? Ja, das ist aber grad cool! Boah, Alter! Boah, aber high risk, high risk, Alter! Alter! Nein! Da ist gemein, der ist ein Hund, der kann fliegen! Jeeeeh! Jeeeeh! Der kann halt mit seinem Anzug wirklich fliegen, ey. Der ist da grad kurz so aus, als würde der die Arme bewegen, waaah! Oh, wo? Wo, wo will ich denn hin? Ach, da ist der Hund. Hui! Ciao! Uuuuh! Tobi, was ist los? Was machst du denn in dieser Map? Das ist meine nicht, das ist nicht meine Map, keine Ahnung. Erik, warum? Ich rassle dich aus, ne? Ahm, ich hätte das... Was ist los? Boah, danke! Ups! Entschuldigung! Ich kenne die ganzen Sachen noch gar nicht, okay, Bombe ist hinter einem. Das ist doch der Scheiße. Ja, muss man erstmal wissen. Ne, vor allem musst du die Bombe zweimal zünden. Oh, okay. Also muss ja erst platzieren und dann muss man... Oh Mann, diese scheiß Micro-Lens! Du kannst sie aber auch liegen lassen, bist du nochmal an der Stelle vorbei gekommen. Du kannst sie fernziehen. Oh, okay. Was passiert hier gerade? Boah! Du dreckiger Prickster! Wie er wieder aufholen, Alter! Alter, es ist unfassbar. Was? Erste Minuten! Ah! Hä? Was? Was? Ich hab wieder nicht gecheck... Oh Mann, das demotiviert mich so. Oh nein! Mist, Fehler. Ey, sag mal du, altes Kackhuhn! Wann ist da los? Alter, das Pillhuhn! Alter, was ist das denn jetzt? Dieses Ball! Oh, gleich möchte ich doch am Hintern! Alter! Weil ich mal diese verkackten Kisten kriege! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, Mann! Oh, Mann! Alter! Das gibt's doch nicht! Tobi, Tobi, Tobi! Oh, Mann! Nein, ich bin langsamer statt schneller! Das gibt's doch gar nicht! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Halt mir deine fucking Rakete, Tobi, Alter! Warum geht die nicht auf den Ehring? Danke, Tobi! Dankeschön, Tobias! Warum geht die nicht auf den fucking Ehring, Mann? Das Spiel macht mir Spaß! Ja, Arschloch! Fette Sau! Oh, Alter! Komm, wir machen mal zufällig! Oh, Mann! Alter, das ist doch... Ey, das ist doch... Ich komm mich ja... Oh! Oh! Boah! Mann, 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 ey! Es ist halt wirklich anstrengend! Ja! Alter, die Fabrik schon wieder! Ich raste aus! Ah! Ich kann mich das gar nicht... Ne, doch nicht! Waren wir noch gar nicht! Hauptsache ich raste aus! Leck mich! Was? Wo muss ich hin? Was? Oh! Was? Ciao, Curry! Alter, was? Wie krass! Komm, Mann! Ah! Was bin ich? Oh! Ja! Ah! Wie bitter! Wie bitter! Jetzt! Nein! Alter, was? Jetzt! Ja! Nein! Warum konzentriere ich mich nicht? Ah! Okay. Boah! Alter! Erzähl nichts! Nein! Yeah! Ich bin voll nicht multitaskingfähig, ey! Voll nicht! Das war gut! Das war gut! Das ist mir viel zu schnell! Ich bin einfach voll der Mann, ey! Was? 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 Aua! Ey, diese Spikes, ne? Okay, das ist fachbar! Hä? Oh! Alter, krass! Ich hätte... Kuh da vorne, ne? Guck, wie er da immer fliegt und zappelt, ey! Oh Gott! Falscher Knopf gedruckt! Ah! Boah! Alter! Alter! Das gibt's doch nicht! Boah! Boah! Ey, das ist doch zum Kotzen! Der läuft halt einfach weg! Arschloch! Hä? Tobi doch auch! Ne! Boah! Alter, Tobi ernsthaft? Ernsthaft? Halt dein Maul! Halt dein Maul! Halt dein Maul! Ey, wieso fliegst du drunter? Ah! Ah! Komm Tobi! Nein, nein! Oh! Das war zu verrückt! Nein! Ah! Als ob der einfach auf dem Bauch da drunter durchrutscht! Ah, hier! Nein, Tobi! Danke! Nein! Nein! Unfassbar! Alter! Alter! Das ist doch unfassbar! Ey, das Typ ist doch krass, ne? Ich weiß nicht, was der für Chips da in seinem Anzug drin hat, aber... Irgendwann... Irgendwas ist da drin, ey! Ich leite halt auf... Lauchchips! Das sind bestimmt Lauchchips! Alter! Cringe Chips! Lays Lauch! Boah! Ein Melklauch! Ja, ich will auch hier für! Boah! Alter, ey! Unmachbar! Wir müssen doch diesen Decksack jetzt mal bewegen können! Nein! Nein! Boah! Boah! Warum immer ich, Tobi? Warum willst du meine Rakete... Ich kann's dir ja noch nicht sagen! Warum willst du deine Rakete immer auf mich feuern? Ich weiß es doch auch nicht! Ah! Ich hab auch richtig reagiert! Ah! Es tut mir leid! Nein, Pan! Arschloch! Ja, du auch! Ah! Nein! Boah, Tobi, Alter! Das fand ich jetzt nicht nett! Es tut mir leid! Oh mein Gott! Wir sind so totfahren! Wir sind jetzt so was von tot! Ich nicht! Ich nicht! Nö! Ich nicht! Nö! Komm, Tobi! Ja! Tobi, was soll das? Was? Du bist so ein... Ciao, Tobi! So ein richtig... So ein... Ah! Ah! Ihr seht mich einfach... Freut, Alter! Das ist nicht zu glauben! Weil du kleiner... Hustensohn mich gerade so weggeschneckt hast! Wie kann man nur so ein diabolischer Pisser sein? Ah! Scheiße! Ah! Scheiße! Jetzt kriegt er den Tobi! Nein! Oh! Nö! Zu Feuchten kriegt er! Nein! Scheiße! Hey, Tobi! Der hat aber auch in meinen... Ja, das gibt es doch! Alter! Was war das denn? Boah! Hey, Pan! Wo fliegst du denn hinten? Hui! Hui! Ah! Hey, Freunde! Hä? Ah! Das kann doch gar nicht! Wie viel... Digga kann ich denn da aus... Kann man? Wie viel fuhr denn jetzt? Wie der hier wieder... Wie der hier wieder... Weißt du wie der das Game wieder heimlich übt? Alter! Ey! Alter! Der Propaganda Jensi wieder am Start! Ja, ne? Der Curry! Furchtbar! Hey, Freunde! Boah, Alter! Der kriegt... Der kommt halt auch davon! Boah, Pan! Alter! Äh... Willst du mich eigentlich... Verarschen? Hahaha! Und der ist immer noch hinter mir! Ja, Domi, was ist denn los? Der klebt einfach... Der klebt einfach... Der klebt einfach an meinen Füßen! Nein! Oh, nö! Entschuldigung! Warum immer ich? Was habe ich wieder getan? Ich bin... Ja, geil! Alter, geil! Tobi! Aua! Alter! Nein! Alter, diese Kids... Und der Erik immer wieder... Ich dachte gerade schon, der würde sterben! Alter, das ist unfassbar! Du bleibst! Alter, schon wieder! Du bleibst, wo du bist! Rücksack! Okay, Tobi, geh in den Sieg! Was? Hä? Was? Was? Oh, so ein Mitleid-Sieg, Tobi! Das würde doch nicht schmecken! Ja, ne, 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 ne! So, das ist alles! Was? Hilfe! Tobi! Wie der wartet? Wie der steht... Der wollte warten mit seiner Rakete! Wollte ich gar nicht! Ich mach'n Gameverdiener! Was? Wie der? Wie der? Ja, hab'n, ja, hab'n, ja! Ja, hab'n riecht! Hab'n riecht, hab'n riecht! Bibi! Aua! Scheiße! Habi, bie, bei! Danke, Tobi! Danke, dass du alles freigeräumt hast, Mann! Hab'n riecht! Hab'n riecht! Entschuldigung! Alter, das ist so ein... Das ist wirklich... Genferkonvention, Alter. Hä? Ich bin ein glücklich freilaufendes Huhn. Lass mich in Ruhe. Wegen dir gibt es Massenschlachthilfe, Mann. Was kannst du sagen, dass ich fett bin? Alter, was? Jaaa! Nein! Ich schwitze das Gamepad! Es flutscht weg! Hör auf zu schwitzen, bitte! Aua! Geil, danke! Nein! Alter! Was soll das? Curry, du kleiner Dreckiger! So ein Bastardos! Alter, nein! Der ist ja immer noch hinter mir. Lauf, Pan, lauf! Der hat mich wieder nicht weggeräumt. Lauf, Pan, komm ab in den Turbo! Nein! Oh, Alter! Doch, doch! Nein! Oh, die arme Pan! Tobi, was bist du für ein Unmensch? Hör auf, es ist okay! Hör auf! Hör auf! Wer denn jetzt? Erik! Hey, alle! Ich bin noch raus! Nein! Oh, der Curry ist noch drin! Krass! Nichts! Ah! Shit! Boah, Alter! So lange habe ich mich noch nie gehalten! Tobi! Ich werde zwar niemals eine Eins da stehen haben, aber so lange habe ich mich noch nie gehalten! Ich weiß gar nicht, wo wir nicht halten sollen, sind beide scheiße! Alter! Boah, Tobi! Boah, Alter! Tobi, Alter! Der Curry, Alter! Hätte ich sogar stehen geblieben? Ja! Warum? Weil du mir den Sieg auch gerade geschenkt hast! Oh, Mann! Okay, hier, tschüss! Boah, was denn da? Tobi, was hast du getan? Die arme Pan! Die arme Pan! Hör auf damit! Ah! Oh Gott! Nein! Oh Gott! Alter! Mein Ohrjuck! Oh! Ich krieg mir natürlich wieder nur so ne verschwitzene, verschwitzene Arschlochkiste! Komm her, Erik! Oh, 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 oh! Oh, fuck! Tobi, du hast auch die Chance! Alter! Bleib mal hin! Hast du dir den gewusst! Wie kann der immer noch vor dir sein? Boah, Alter! Ja, das ist das, Alter! Weg zu! Ich kann mich dafür! Der Curry macht den Bock! Komm, Haus, du bist der Beste in dem Spiel! Es muss sein! Oh, Scheiße! Lass mal den Arm in den Ruh! 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 Erik Arschloch! Tobi hat deine verschwitzene Fresse einfach! Boah! Alter, das gibt's doch nicht! Guck mal da vorne, läuft's ja wieder weg! Das Spiel ist wirklich übel! Ja, das ist es wirklich! Halt mal den Ruh! Du warst Mario grad, Alter! Was? Halt deine verschwitzene Fresse! Das macht mich ja richtig fuchsig, Alter! Oh mein Gott, Erik, nein! Wuh! Scheiße! Oh, cool! Ey, er fliegt nach vorne, ich nach hinten! Ja, du hast mich die Treppe runtergeschossen! Ah! Warte, musst du da hin! Alter! Ah! Ich huschle dauernd ab, weil ich so schwitze so'n Scheiß! Oh nein, ich hab ne Laufmasche! Das ist ja nicht wahr! Jaaaa! Aber klar, da war Tobi! Alter, Erik! Ja? Komm her! Nein! Was? Was? Wie bist du denn mit deiner Breite da ausgewichen, Alter? Ich bin fett, ich hab den Türrahmen gesteckt! Das gibt's nicht, ey! Oh nein, fuck! Nee, du bist so ein Wichser, ne? Oh mein Gott, du dreckiger Pisser, Alter! Unfassbar! Unfassbar, ne? Hol ihn dir Pan jetzt! Nein! Ja! Pan! Ja! Ich hab einmal gewonnen! Ich hab einmal gewonnen! Ich hab einmal gewonnen! Ich hab einmal gewonnen! Jetzt können wir aufhören! Nein! Oh, ich find's gut! Oh, ich freu mich auch! Ich glaub, da waren wir uns alle einig, dass das verdient war! Ich glaube auch! Ah! Nein! Alter, was? Ich hab keine Ahnung! Das war aber nicht so nett jetzt eigentlich! Das war Pan! Ey! Wie kann das Spiel jetzt plötzlich? Jetzt geht's! Einmal gewonnen und dann jetzt plötzlich... No! Hilfe! Aua! Nein! Ah! Alter! Wieso wird der Typ durch alle möglichen Dinge, die man ihm gegen den Scheiß kommt, immer schneller! Ja! Das seh ich ja nur anders! Ja, ja, ja! Ne? Tobi, was los? Alles klar, Tobi! Ey, warte mal! Erik haute einfach den Kackeball auf Doom raus, Eens! Ja, klar! Hatte grad Flott Schiss! Hier zu so einer Kugel geformt auch noch, Alter! Ja, natürlich! Mit Pillendrieher! Alter, Pan! Oh mein Gott! Aua! Tobi! What? Tohle! Alter! What? Boah, was? Macht nichts! Hat nicht viel... Hat nicht viel... Scheiße! Ja, einfach nicht langsamer! Wir haben doch den Kopf werfen! Hase! Was ist denn passiert? Oh, was? Du bleibst hier, Tobi! Geil, Tobi! Weiter so! Alter! Oh! Oh! Was? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Sind alle noch drinne? Oh mein Gott! Ich hab keine Ahnung, wie das grad passieren konnte! Ich hab auch keine Ahnung! Wo bin ich? Nein! 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 Alter, was? Ich hasse alles! Nein, nein! Ich schaffte das noch! Tobi! Tobi! Ach, leck mich doch! Hat man immer drei Kisten, wenn man Kisten hat? Nee, nicht immer! Nee, nicht sicher! Ah, okay! Ah! Ah! Ist noch korrig, pass auf jetzt! Boah! Hey, können wir nur rissen! Nein! Oh, oh! Fick den an! Fick den an! Fick den an! Der Türi mir lebt und lebt! Dieser scheiß Haken ist genauso wie in allen anderen Spielen immer irgendeine Waffe, die einfach win ist. Alter, das Spiel macht so viel Spaß einfach. Es kommt halt drauf an, wo du den Haken einsetzt, ne? Ja, wenn du den Endzone einsetzt, hast du eigentlich verloren. Boah, krasses Spiel, Alter. Was ein Spiel, ey. Das hat mich nie interessiert, tatsächlich. Ich hab immer Screenshots gesehen. Boah, mehr mich auch nicht. Aber es ist so anstrengend einfach. Es ist halt wirklich anstrengend, aber es ist halt mega lustig. Man verkrampft halt auch voll dabei. Ja? Das ist beim Sex jetzt. Also ich verkrampf dabei. Ja, ja, ja. Hast du jetzt gedacht, Fobi? Und dann durchgehend. Der bleibt jetzt drin! So. Boah! Ich drück das jetzt zu! Du hörst mir ja! Und das war's! So. Das muss so, das passiert, wenn du mit mir verschmilzt. Was machen wir denn jetzt? Ja, auf Folgenende würde ich sagen. Können wir auf jetzt? Hä, warte. Ach komm, eine Runde noch, oder? Eine Runde, aber das sind mehrere Runden jetzt, ne? Was das denn? Ja, ich weiß nicht. Oh, Tobi schon weg. Nee. Ja, warte denn jetzt! Hä, Tobi schon weg? Tobi schon weg? Tobi schon weg? Tobi schon weg? Was? Wir sind doch schon in der Runde gerade. Alter, was ist das hier für eine coole Map? Ach, Tobi! Ja, boi! Was war das denn jetzt? Alter, was war das denn jetzt? Alter, was war das denn jetzt? Oh, ich hab keine Ahnung! Oh, Pan! Du Dreckstück! Jaaa! Ich bin nicht mal wieder ein Dreckstück im Spiel! Das heißt, ich spiele gar nicht so scheiße wie ganz gerade! Oh, da geht's für den Katzen! Alter, was? Was ist denn hier los? Boah, Nachi fertig! Alter, Pan! Du Drecksau! Sehr gut! Da geht's zum Junkel! Ah! Au! Und wo geht's für den Mädel? Oh! Alter, was? Hä? Was war das denn? Hä? Fass dich wohl an! Guck mal, das sind die Fans! Der Hintergrund ist voll süß! Ich würde nur gerne betrachten, wo ich tot bin! Ja, ich kann egal! Sieht aus wie bei Starboard, Alter! Sieht aus wie bei Starboard, Mann! Ja, Alter, geil! Ah! Da, 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 da! Guck mal, die Affen! Nein! 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 Ja! Ja! Ja, was machen wir denn jetzt? Ja, komm, jetzt! Jetzt, wo wir dann da sind, komm! Ähm! Was? Was? Okay! Ähm! Hallo? Ah! Nein! Boah, Pan, Alter! Von der Boost! Jesus! Alter, Pan! Was? Alter, was? Ich hab keine Ahnung, was ich hier tue! Oh! Ihr macht uns fertig, Tobi! Ah! Da bin ich schon wieder irritiert gewesen jetzt! Boah, wir sind Orcas! Wie schön! Oh, mir tut alles weh! Was? Mein Finger! Was machst du, wenn's verkrampft? Ihihihi! Tobi! Nein! Fettkern! Nein! Nein! Puh! Puh! Pass auf, wer hat ne Bombe, ne? Hat er? Oh, ja! Hi! Hat er gehabt! Oh, shit! Oh, leck mich doch! Ja, man vorne sieht man nix mehr! Das ist echt schlimm! Ja! Halt, du bist hier lang! Ja, ich wollte auch grad zurück! Guck mal, wie da fliegt! Eine kleine Gänse! Oh! Alter, Pan! Ich hab keine Ahnung! Nein, wo lang? Hast du hier lang? Beim Elefanten vorbei! Au! Nein! Was? Nein! 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 Tobi, nein! Alter! Ich bin doch da! Ich bin doch da! Was? Nein! Boah, nein! Krass! Boah, geil! Wir nehmen doch heute auf! Was denn grad gemacht? Was war das denn? Nein! Wo will ich hin? Hey, was schreit der denn so? Na! Boah, du kleiner Pupi! Ja, Pan, du bist jetzt Feindbildnummer 1! Juhu! Alter! Alter! Seid ihr schon tot alles? Ja, ja! Nö! Oh nein! Ich hab den ersten abhanglich geschafft! Von meinem Armour-Controller! Ich bin zu fett für diese Schluchten! Ach, hau ab, Tobi! Oh! Oh! Oh, Arschloch! Bitte was? Komm her! Wie unhöflich! Boah, was?! Boah, was?! Boah! 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 Boah, was? Boah! Boah, was?! Oh, mein Gott! Boah, Tobi! Boah, Tobi! Alter! Nein! Alter! Scheiße! Oh, was ist das so? Oh, Mann! Wie bitter! Das tut mir leid, Koki. Alter, das ist ein Cheater-Kind, Alter. Alter. Cheater-Kind. Hä? Wieso bin ich... Hä? Na? Alter. Wow. Ciao, Curry. Echt gut gemacht. Alter, Tobi, was? Alter. Alter, wie ist das denn passiert? Keine Ahnung. Ah. Regenburgern. Alter, die Musik dabei, ne? Ich hab' mich wie ein Nickelodeon... Nickelodeon... Nickelodeon. Nickelodeon. Ich fand das Schwerst-Un. Nein! Eric! Halt mich! Was? was passiert hier? Das geht zu schnell. Oh! Das ist nicht nett. Das ist richtig unfähig. Nein! Willst du auch O drücken? Ich mein B. Ja, ich hab mein Plattisch. O statt 3. Fuck. Der Kleve Kaspar hat lieber einen Speedboost bekommen. Oh, hä? Wieso lauf ich andersrum? Bei der Map hier weiß ich auch einfach nicht wohin. Was? Was? Nein! Du Arsch! Alter Pan, es tut mir leid. Hilfe! Tschau, Freunde! Nein! Oh, ich hab auch mal einen Punkt. Der freut sich für mich. Das ist so gut. Nein! Was mach ich denn? Oh fuck, ich wollte dich gar nicht. Bleiben die Klötze eigentlich da liegen? Ich weiß nicht, ich glaube ja. Ich sollte es nicht darauf anlegen, diese scheiß verdammten Klötze zu kriegen. Alter, willst du mich verarschen? Nein! Oh, Pan, das war knapp. Das war doof. Du oder ich? Alter. Hä, Tobi, was soll das? Entschuldigung. Alter. Schnell, wenn der Curry gewinnt, dann ist die Runde zu Ende. Dann habe ich keine Chancen mehr zu gewinnen. Und dann hat die Community nichts mehr zu gucken. Ja genau, genau, das vor allem. Ich hab schon wieder geschmuckt. Hase, zeig was du kannst! Aua! Komm schon! Hase, flieg weg! Nein! Was machst du denn? Nein! Fick ihn! Oh Gott! Erik, du schaffst es! Oh Gott, ich hab Erik gesagt! Ja! Ja! Es gewinnt Hähne dir rum, weißt du. Ähm... Oh, warte mal. Hä? Hä? Wow! Ja gut! Das ist jetzt! Ich bin raus! Tschüss! Alter! Oh Gott! Voll gut! Okay! Was war das denn für ein behinderter Startpunkt? Oh nein! Wir haben eine neue Map! Scheiße! Ohne Errungenschaft freigeschaltet! Geil! Ja, leckt mich! Tschüss! Hä, Verbindung mit Dominatorballon? Geh auch weg! Tschüss! Hä, was ist da... Aber, aber... Oh schön! Hallo! Mit allen meinen Freunden! Oh! Oh! Oh, die sind alle weg! Wer ist denn Key? Hier ist gerade ein Keyes gejoint! Anfängerliga! Hä? Das ist ein neuer Kumpel jetzt! Tschüss! Tschüss! Ich bin bereit! Geil! Entferne! Ja! Dann! Ich hab meine Hand gebrochen! Was? Was? Du hast auf deine Hand gebrochen? Ich hab meine Hand gebrochen! Aktiviere! Deaktiviere Discord! Stimmt! Ja, tschau oder was jetzt? Ja, 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 ne? Ja, natürlich! Vielen Dank fürs Zuschauen! Geil, Alter! Speedrunners spielen wir jetzt jedes Mal jede Folge auf. Ich grüße noch Speedrunners. Ciao! Nein! Nein! Tschüss!